Weinland Südtirol in Zusammenarbeit mit Südtirol Wein. Sie ist ein wahres Schlaraffenland für Weinliebhaber. Und wer gerne einen edlen Tropfen trinkt oder sich einfach etwas richtig Gutes gönnen will, ist bei der Top of Südtirol Wein im Forum in Brixen genau richtig, sagt Rudi Kofler, Kellermeister der Kellerei Terla. Ich glaube, das ist eine einmalige Gelegenheit, wo jeder Weinliebhaber, jeder Sommelier, jeder Restaurateur hingehen kann und sehr kompakt die Spitzen der Qualitätspyramide von Südtirol probieren kann. Also die einzelnen Weine, die die verschiedenen Weinführer dann mit den Höchsten ausgezeichnet hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Sache. In Südtirol werden zahlreiche Spitzenweine produziert, die von bekannten italienischen Weinführern prämiert werden. Und genau diese Siegerweine können bei der Top of Südtirol Wein verkostet werden. Gleich, ob rot oder weiß, nur die besten werden dort aufgeschenkt. Für die Kellereien, die dort einen ihrer Weine präsentieren können, ist das etwas ganz Besonderes, sagt Rudi Kofler. Das bedeutet, dass man schon in der Vergangenheit sehr gute Arbeit leisten muss, damit man überhaupt da dabei ist. Das heisst, dass man sich auf höchste Qualität konzentrieren muss und natürlich auch eine persönliche Genugton und die Genugton auch des Betriebs, inmitten der vielen prämierten Weine eigene Weine wiederzufinden. Rudi Kofler weiss, wovon er spricht. Bei der Top of Südtirol Wein sind auch Weine der Kellerei Terlan mit dabei. Sie ist einer der meistprämierten Betriebe in Südtirol und darauf ist der Kellermeister stolz. Sicherlich verfolgen wir eine sehr konsequente Qualitätslinie. Seit Jahrzehnten kann man sagen und es steht sicher ein sehr motiviertes Team dahinter. Ein Team, das eben aus fleißigen Weinbauern besteht, aber auch ein internes Team, das die Qualitätsphilosophie seit Jahrzehnten eben nach vorne tragt und sich immer verbessern will. Bei der Top of Südtirol Wein wird nicht nur verkostet, sondern auch viel diskutiert und gefachsimpelt. Erfahrene Sommeliers geben Tipps und Auskünfte. Treffpunkt für alle Weinliebhaber ist das Forum Brixen am Freitag, 1. Dezember von 14 bis 21 Uhr. Weinland Südtirol – in Zusammenarbeit mit Südtirol Wein – im Zusammenarbeit mit Südtirol Wein – im Zusammenarbeit mit Südtirol Wein – im Zusammenarbeit mit Südtirol Wein